Hallo Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, wir haben die 100. Folge hinter uns gebracht. Allerdings ist zum Zeitpunkt, als ich die hier gedreht habe, noch ungefähr zwei Wochen vor der 100. Folge. Ja, wir haben eine Sendung vom Erik bekommen. Es handelt sich diesmal um einen größeren Stapler an Karten. Aber seid nicht schockiert, es sind eigentlich wenige Exemplare oder wenige unterschiedliche Karten. Es sind eher viele Exemplare davon. Das seht ihr dann aber gleich. Natürlich ist auch wieder ein Bonuspack dabei. Diesmal habe ich es erwarten können. Ich habe diesmal nicht vorher reingespitzelt und wir gucken jetzt zuerst natürlich mal wieder was in diesem Bonuspack drin ist. Das machen wir jetzt seit neuestem so, dass wir die Bonuspacks immer am Anfang machen. Und wir haben den Tiefseetaucher. Der ist cool. Der ist echt cool. Von der Condition her ist er auch noch sehr sehr gut. Ich mag die Karte. Ich weiß nicht, das ist eigentlich kein wirkliches Monster. Das ist eigentlich nur ein Taucher. Aber ich mag diese Karte unglaublich gerne. Und die ist auch eigentlich relativ selten zu finden aus WC8. Geht zwar nichts, aber sieht man trotzdem relativ selten. Und auch in dem Zustand vor allen Dingen. Weiter geht's mit... Oh, der Explodierdrache. Da sehe ich jetzt. Genau, der ist hier oben ein bisschen angeditscht. Und hier auch aus WC7. Aber ansonsten ist er eigentlich noch ganz gut. Ich würde ihn jetzt mal als... Ja... Good würde ich ihn noch bezeichnen. Für Exzellent oder niemand ist er halt schon ein bisschen zu angeditscht hier oben. Aber ansonsten relativ cool. Explodierdrache. Sehr schöne Karte. Vor allen Dingen diese WC-Promos sind so schön gedruckt worden. Die sind so schön matt und von der Farbe her sehr... Wie sagt man? Sehr voll, sag ich mal. Dann haben wir aus dem Retro Pack 2. Jam Defender. Da ist die Condition... Oh, niemand würde ich sagen. Hier oben sieht man einen ganzen leichten Fleck, wo Farbe weg ist. Aber ansonsten geht's eigentlich voll. Sehr cool. Sehr cool. Dann haben wir einen Pinguin-Soldaten in Super-Rare. Und... Oh, der ist sogar auch aus dem Retro-Pack. Wusste ich gar nicht, dass er da rausgekommen ist. Der ist sogar in einem sehr, sehr guten Zustand. Sehr schön. Drehen wir mal die anderen Karten um. Die war wahrscheinlich gespoilert, deswegen legen wir die oben hin. So. Richtig cool. Oh, Pinguin-Soldaten sind süß. Habe ich auch sechs Stücke in meinem Trade-Band. Allerdings alles im Starter-Deck, da aus dem Retro-Pack kommt natürlich meine Sammlung. Dann haben wir Gemini-Elf aus Invasion of Chaos, der Special Edition. Ist auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Absolut top. Weiter geht's mit der letzten Bonus-Karten. Das ist... Uh, ein magischer Zylinder. Lass den in einem guten Zustand sein. Dann bin ich wahnsinnig... Oh, ist geil. Ist echt geil. Der Zustand ist echt schön. Seht euch das mal an. Wie ist mein Ei gepellt eigentlich? Richtig, richtig cool. Waren mal wieder richtig schöne Bonus-Karten. Liegen Dank, Erik. Ähm, wir gucken uns jetzt die Karten noch an, die hier jetzt noch so dabei waren. Und da haben wir zuallererst den ultimativen Turano. Ich habe mal seinen Card-Market-Account leergekauft. Seinen eBay-Account habe ich euch auch unten verlinkt. Genau, das war sein YouTube-Channel. Ähm... Ja, genau. Ultimativer Turano hatte er vier Stück. Er konnte mir drei Stück abgeben. Dementsprechend habe ich auch drei Stück genommen. Natürlich unlimitiert. Die Karten sind diesmal, glaube ich, alle unlimitiert. Da waren jetzt keine Firsts dabei. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Karte. Auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Und ja, eine ziemlich alte Karte auch. Aus PODT. Äh, TD. Nicht DT. Sondern DTD. Ähm... Und auch einer meiner Lieblings-Dino-Monster, muss ich sagen. Weiter geht's mit dem Cyberlaser-Drachen. Und den haben wir sage und schreibe. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehnmal am Start. Ja. Zehn Cyberlaser-Drachen. Eine wunderschöne Karte. Sieht einfach unglaublich toll aus. Ähm... Ist... Ich glaube, ich weiß gar nicht, was habe ich dafür gezahlt für das Stück. Ähm... Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall richtig, richtig coole Sache. Sehen richtig cool aus. Ich habe auch sonst so noch welche in meiner Sammlung. Ich brauche ja bloß zehn Stück. Ich werde jetzt mal gucken, die, wo wir in meiner Sammlung sind. Wenn da welche in First dabei sind, dann nehme ich natürlich die First und die, wo dann... Und addiere dann von denen hoch auf zehn. Und der Rest wird erstmal, wenn überhaupt zu viel übrig bleibt, ein Playset in den Kofferwandern, den ich dann nächstes Jahr verkaufe. Und ansonsten halte ich meinen Trade-Binder. Aber richtig, richtig cool. Sehr schön. Dann geht es aber gleich mit Cyber weiter. Dann haben wir nämlich noch den, äh... Protos Cyber-Drache. Auch eine sehr coole Karte. Und die haben wir ebenfalls. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehnmal. Auch eine extrem geile Karte. Ähm... Diese ganzen alten Cyber-Karten sind cool. Vor allen Dingen Ultimaten. Die sind halt wirklich alle mint. Ja, die sind... Die sind einfach in einem Top-Zustand. Absolut ohne jedweden Makeln. Das freut mich halt. Ist halt echt gut für die Sammlung. Ich glaube, von denen habe ich so gesehen noch gar nicht so viele vor allen Ulti gehabt. Ein paar. Ich glaube vier oder fünf. Mal schauen. Ähm... Und ja, mega nice auf jeden Fall. Coole Sache. Dann geht es weiter mit Super-Rares, die wir noch hier hatten. Das hier ist jetzt die, ähm... DBT-Promo. DDS, äh... Salient. Ähm... Die gehen halt wirklich nur 30 Cent das Stück oder so. Das ist jetzt nicht viel. Aber sie sehen halt einfach... Sie sehen halt einfach wahnsinnig cool aus. Und sind eben aus diesem alten, ähm... Promopack. Und dementsprechend habe ich die mitgenommen. Was ich übrigens interessant finde, ist, dass obwohl sie aus dem... einem Promopack kommen, hier nirgendwo Limited Edition dran steht. Ich glaube, bei den alten war das noch gar nicht der Fall. Richtig cool auf jeden Fall. Sieht echt schön aus. Tolle Karte. Nehmt man gerne mit. Dann kommen wir zur vorletzten Karte. Das ist ebenfalls aus dem selben Set. Emis. Der, äh... Oh Gott. Emis der Infinity. Der Unendliche, genau. Das sind eben auch hier zehn Stück. Er hatte, glaube ich, 15 im Angebot. Ich wollte zuerst alle 15 nehmen. Aber, ähm... Er wollte mir dann halt wirklich nur zehn Stück geben. Weil er halt auch noch ein bisschen was so akut verkaufen muss, um da quasi seinen Gewinn zu generieren. Ähm... Das sind auf jeden Fall unglaublich schöne Karten. Auch Emis. Es gibt ja auch kein Reprint von Emis, glaube ich. Oder wenn, dann nur ein Come-In-Reprint. Ansonsten ist das der einzige, soweit ich weiß, wo... oder das einzige Set, wo die Karte drin vorkam. Geht auch nur ein paar Cent. Aber vielleicht nochmal 20 Jahre warten. Vielleicht geht da dann ein bisschen mehr. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Sehr schön zum Ansehen auch und gut für die Sammlung. Und die letzte Karte ist die Karte Säureregen aus, äh... DL8. Die haben wir hier auch sage und schreibe zehnmal dabei. Richtig, richtig cool. Also es ist, wie ihr seht, eine relativ günstige Sammlung. Ähm... Oder eine günstige, ähm... Folge Neuzugänge mal für zwischendurch, die ich hier jetzt rauskloppe. Aber ich denke mal, es ist auch mal nett, sowas zu sehen. Und, ähm... Ja. Das war's mit der Folge Neuzugänge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge. Dort erwartet uns wieder einiges, einiges an japanischem Stuff. Ich hoffe, euch hat die Sendung genauso gut gefallen wie mir. Könnt ihr mal Kritik da lassen. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.